Am 2. und 3. Dezember veranstaltete die Bundeszentrale für politische Bildung im Zinsendorfhaus im idyllischen Neuditendorf eine Tagung. Aktuelle Tendenzen in der Jugendmusikkultur sowie Herausforderungen für die politische Bildung wurden in Diskussionen und Workshops ausdifferenziert. Wir stehen hier heute mit Nicole Pfaff. Sie ist Professorin in Essen für ethnische Differenzierung und Heterogenität. Inwieweit ist der Rechtsextremismus eine Jugendkultur? Boah, schwere Frage. Der Rechtsextremismus ist natürlich nicht nur eine Jugendkultur, sondern ist eine gesellschaftliche Bewegung, eine soziale Bewegung könnte man sagen, eine ideologische Bewegung. Er ist für Jugendliche in dem Moment besonders relevant, weil Deutungsangebote macht, die wir alle brauchen im öffentlichen Diskurs und die sind gefährlich für die Demokratie. Und von dem Hintergrund muss man sich intensiv mit ihnen auseinandersetzen. Und für mich sind sie aber erstmal Angehörige einer Jugendkultur und das bedeutet, dass sie bestimmte ästhetische Formen haben, bestimmte Arten und Weisen, wie sie sich treffen. Und das wäre eben auch meine Kritik heute gewesen an der Stelle, dass ich sage, wir überlassen diesen Raum der Auseinandersetzung über große gesellschaftliche Probleme, die wir ja alle teilen, diesen Jugendlichen in ihren Gruppen. Und das ist ein Problem. Also da würde ich sagen, müsste die Gesamtgesellschaft viel stärker über grundsätzliche Probleme diskutieren, als wir das im Moment tun. Und vor dem Hintergrund haben so eine Räume und hat auch diese Musik, ja Lanzau oder so eine Bands oder jetzt auch Freiwild, wo man nochmal fragen kann, ist das wirklich rechts, was da gesagt wird. Im Prinzip besingen die nur ihre Heimat. Aber wir überlassen genau die Deutung dieser Lieder. Die überlassen wir den Jugendlichen selbst. Wie kann man dieses Problem beheben, dass die Kinder nicht in radikale Richtungen gedrängt werden? Was kann die Gesellschaft da tun? Also mein erster Hinweis wäre tatsächlich nochmal, dass wir grundlegende gesellschaftliche Fragen alle miteinander behandeln. Und dass wir uns sehr sorgfältig angucken, was die Jugendlichen da tun. Ich glaube nicht, dass es die Lösung ist, dass wir ihre Praktiken pädagogisch bis zum Umfallen kontrollieren. Ich glaube, das kann es auch nicht sein. Aber an den Stellen, wo wir sehen, das sind schwierige Auseinandersetzungen, dann kann man versuchen, in den Diskurs einzugreifen. Und das muss nicht immer mit der pädagogischen Keule oder mit dem Zeigefinger sein. Wir stehen hier heute mit Daniel Köger und was er genau macht, das erzählt er mir jetzt am besten. Meine Hauptaufgabe ist der wissenschaftliche Leiter der Forschungsabteilung von dem Zentrum Demokratische Kultur in Berlin, worunter auch Exit Deutschland fällt, dem Ausstiegsprogramm für Rechtsextremisten. Werden Menschen durch die Musik in der rechtsradikalen Szene aktiv? Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sich da Musik und das Aktivwerden zusammenfinden. Also auf der einen Seite kann man natürlich durch die Musik in die Szene kommen. Man kann auf einem Konzert, durch einen Tape, durch eine CD, durch eine Band überhaupt erst mit der Ideologie, mit der Szene in Berührung kommen. Also viele Aussteiger bei Exit haben das erzählt, dass überhaupt die erste Berührung damit war, früher einfach eine Kassette, ein Demotape, was auf dem Schulhof getauscht wurde. Man hat das gehört und hat sich dann das erste Mal überhaupt mit den Inhalten beschäftigt. Wie rechts ist denn die deutsche Musik? Ja, das ist natürlich eine sehr umfassende Frage. Die deutsche Musik an sich ist ja nicht rechts, sondern es gibt einen Teil der Musikindustrie, der Musikszene, also inklusive der Labels, des Vertriebs, der Bands, die man dem rechtsextremen Spektrum zurechnen kann. Parasiten, wisst ihr, wer das ist? Das ist der Jude, das ist der Kommunist. Was fühlen Sie, wenn Sie so eine Ried-Strophe hören? Naja, also die Menschenverachtung und die Ideologie, die dahinter steht, ist natürlich treffend, sag ich mal so, mich persönlich treffend, weil man natürlich arbeitet auf einer Grundlage von respektvollem Miteinander, welches basiert auf einem kompletter Gleichheit und Respekt vor allem menschlichen Leben, vor allem Leben überhaupt. Und Ideologie finde ich persönlich in meiner Arbeit grundsätzlich immer wieder persönlich treffend für mich. Ja, ja, eben. Wir sind uns alle einig. Und wir wollen, ja, keine Naziband. Ja, ja, eben.